Ich bin Redgar, ich bin 62, mein Beruf ist Lokführer bei der SBB in Olten. Ich bin Ruth, ich bin 62, bin Hausfrau und Gärtner. Wir hatten vor allem einen alten Wehe, einen kleinen, der immer zugewachsen ist. Das Problem haben wir jetzt nicht gelöst mit dem Skimmer, mit der Technik, die wir drin haben. Man kann ihn sehr gut pflegen und es sieht immer sehr schön aus, die Wasseroberfläche. Das Wasser lebt im Sommer wie im Winter. Es ist immer ein wenig Bewegung drin und man hat die Natur im Garten. Weil wir nicht so grossen Garten haben, ist für uns nicht eine normale Grösse des Schwimmteich in Frage gekommen. Dann konnten wir mit der Firma Salamander zusammen einen kleineren Schwimmteich planen. Das ist jetzt der Typ Mini. Wir sind nicht die Typen, die schwimmen gehen. Wir möchten gerne, wenn wir einfach einmal das Wasser ein wenig abkühlen können und so das Wasser geniessen. Wasstür right? Das Wasser, hier rein? Untertitelung des ZDF, 2020